Immer wieder taucht in den Anfängergruppen bei Facebook die Frage auf, ob nach einem guten Teleskop für den Einstieg und zwar sowohl in der visuellen Astronomie als auch in der Astrophotografie. Das ist aber gar nicht so leicht zu beantworten, weil es natürlich von den Wünschen und Vorstellungen des Anwenders und eben auch von dem zur Verfügung stehenden Budget abhängt. In diesem Video will ich mal meine ganz persönlichen Empfehlungen gestaffelt nach Budget abgeben, um dir als Einsteiger bei deiner Entscheidung und bei der Qual der Wahl ein wenig unter die Arme zu greifen. Also bis gleich! Ganz wichtig vorweg, unten in der Videobeschreibung findet ihr Produktlinks zu all den Produkten, die ich jetzt gleich hier vorstelle. Wenn ihr auf diesen Link klickt und das Produkt kauft, bezahlt ihr keinen Cent mehr als sonst, aber ich bekomme eine kleine Provision. Dabei ist für mich ganz wichtig zu wissen, all diese Produkte waren oder sind in meinem Besitz und ich habe auch immer den vollen Preis dafür bezahlt und habe sie schon monatelang bei mir, kann deswegen ganz gut davon berichten. Oder aber die Produkte sind bei Personen in meinem näheren Umfeld in Besitz oder waren im Besitz, sodass ich halt Informationen sozusagen aus erster Hand habe, dass diese Sachen wirklich empfehlenswert sind. Das heißt, es handelt sich bei diesem Video nicht um bezahlte Werbung. Zunächst einmal müssen wir in diesem Video unterteilen, ob du rein visuell unterwegs bist, also beobachten mit den eigenen Augen durch das Teleskop oder eben fotografisch einsteigen willst. Im ersten Teil des Videos geht es um die visuelle Astronomie und im zweiten dann um die Astrofotografie. Wenn du direkt rüberspringen willst zu dem Bereich der Astrofotografie, kannst du unten die Kapitel benutzen und einfach den ersten Teil skippen. Also los geht's mit der visuellen Astronomie. Budget bis 200 Euro. Leider muss ich dir von so günstigen Teleskopen abraten. Immer wieder gibt es solche Angebote, zum Beispiel auf Amazon, aber diese Geräte taugen einfach nichts. Man bekommt dafür nicht mehr als ein Kinderspielzeug, mit dem man vielleicht noch einigermaßen gut den Mond anschauen kann, aber sonst nichts. Bei so günstigen Teilen hast du es mit wackeligen Stativen, Plastik-Okular-Auszügen und schlecht verarbeiteten Linsen oder Kugelspiegeln zu tun, die dir garantiert mehr Frust als Freude bereiten. Also spare bitte erstmal weiter, bevor du das Geld zum Fenster auswirfst. Selbst auf dem Gebrauchtmarkt kann es mit diesem Budget schwierig werden. 200 bis 300 Euro. Hier möchte ich das Skywatcher Heritage 130-650 Dobson Teleskop empfehlen. Es hat also eine Öffnung von 130 mm und eine Brennweite von 650 mm. Das Teil ist klein, leicht und sehr einfach zu handhaben. Damit kannst du schon gut den Mond, Jupiter, Saturn und Mars und auch erste Deep-Sky-Objekte wie den Orion-Nebel oder die Andromeda-Galaxie betrachten. Leider sind die mitgelieferten Okulare, wie bei vielen günstigen Einsteiger-Sets, ziemlich minderwertig und sehr bald wirst du mehr wollen. Empfehlenswert sind dann die Goldkante-Okulare, wie sie zum Beispiel unter dem Markennamen Omegon vertrieben werden. Für etwa 70 Euro pro Okular bieten sie ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das 6 mm Okular dieser Serie war auch mal in meinem Okularkoffer. 300 bis 500 Euro. Da wäre das Skywatcher Dobson 150-1200 zu empfehlen. Mit 1200 mm Brennweite ist es super geeignet für Mond und Planeten und mit 150 mm Öffnung kannst du noch mehr Deep-Sky-Objekte erkennen. Außerdem hat dieses Teleskop schon einen 2 Zoll Okularauszug. So kannst du nämlich große 2 Zoll Okulare einsetzen, die dir ein echtes Spacewalk-Feeling ermöglichen. Gute Erfahrungen habe ich mit dem Okular Omegon SWA 32 mm gemacht. Zum Beispiel die Plejaden im Stier waren damit echt toll anzuschauen. Es hat ein scheinbares Gesichtsfeld von immerhin 70 Grad, was bei der Okularwahl für ein schönes Beobachtungserlebnis auch ziemlich wichtig ist. Und durch die verstellbare Augenmuschel ist es auch für Brillenträger geeignet. 500 bis 1000 Euro. Damit kommen wir zu meiner allgemeine Empfehlung für Einsteiger in die ernst gemeinte visuelle Astronomie. Das Omegon ProDop 200-1200 inklusive Radianzsucher und dem zuvor genannten 2 Zoll Okular Omegon SWA 32 mm als Set. Es lohnt sich wirklich diese 850 Euro anzusparen. Erst ab 200 mm Öffnung ist das Lichtsammelvermögen eines Teleskops so groß, dass die Beobachtung von Deep-Sky-Objekten wirklich Spaß macht. Speziell die ProDop-Serie möchte ich empfehlen, weil in der Rockerbox, also sozusagen dem Stativ des Teleskops, Nadel- und Kugellager eingebaut sind. Dadurch lässt sich das Teleskop fast ruckelfrei nachführen, was eine echte Erleichterung besonders bei hohen Vergrößerungen ist. Ich selbst hatte dieses Teleskop noch eine Nummer größer, also das 254.250 oder auch 10 Zoll Dobson-Teleskop. Wenn du es also verkraften kannst und nochmals etwa 130 Euro drauflegst, naja, sagen wir es mal so, du wirst es nicht bereuen. In dieser Größenordnung muss man sich allerdings im Klaren darüber sein, dass da schon etwas Gewicht auf einen zukommt. So ein Dobson-Teleskop besteht ja aus zwei Teilen, dem Tubus, also dem eigentlichen Teleskop, und der Rockerbox, also der darunter stehenden Montierung aus Holz. Beide Teile wiegen bei der 10 Zoll Version jeweils etwa 15 Kilo und sind gleichzeitig ziemlich sperrig. Das sollte einem bewusst sein, wenn man sich dafür entscheidet. Es war schon gut anstrengend, das Ganze immer wieder aus dem Keller zu holen und auf meine Terrasse oder ins Auto zu schleppen. Und wenn du den sehr hellen Mond oder auch die Wolkenbänder auf dem Jupiter mit so großen Teleskopen betrachten willst, solltest du dir einen variablen Polfilter besorgen. In meinem Okularkoffer steckt immer noch die 1,25 Zoll Version, aber oft habe ich mir schon gewünscht, diese 2 Zoll Version zu haben. Denn so kannst du den Mond mit 2 Zoll Okularen entspannt im Ganzen betrachten. Ohne Polfilter kann es sein, dass deine Augen sogar Schaden nehmen und die Wolkenbänder auf dem Jupiter kannst du nur schwer erkennen, weil das hohe Lichtsammelvermögen des Teleskops die Wolkenbänder einfach überstrahlen lässt. Grundsätzlich interessant ist übrigens, dass du auch mit einfachen Dobson-Teleskopen, also ohne motorische Nachführung, den Mond und die Planeten mit einem Smartphone durch das Okular fotografieren kannst. Und mit geeignetem Sonnenfilter geht sogar die Sonne. Aber besonders bei den Planeten braucht man einiges an Übung, um sie bei hohen Vergrößerungen im Blick zu halten und dann auch noch ablechten zu können. Möglich ist es aber definitiv, wie du hier sehen kannst. Die Empfehlung als Smartphone-Halter schlechthin ist der Celestron NEXYZ. Das Teil ist zwar vergleichsweise teuer, aber echt robust und er lässt sich auch in allen drei Achsen feststellen. So lässt sich fast jedes Smartphone an fast jedes Okular anschließen, sogar an das vorhin genannte große 2 Zoll Okular. Nun kommen wir zu den Empfehlungen im Bereich Astrofotografie. Speziell geht es dabei um die Unterkategorie Deep Sky Astrofotografie, also das Aufnehmen von Objekten außerhalb unseres Sonnensystems. Man kann aber mit weiterem Zubehör auch gut die Planeten fotografieren, mehr dazu gleich. 300 bis 400 Euro. Ja, auch mit so wenig Geld ist der Einstieg in die Astrofotografie durchaus möglich und sogar sinnvoll. Du kannst dir eine gebrauchte Spiegelreflexkamera mit Kit-Objektiv besorgen, wie zum Beispiel die hier abgebildete Canon EOS 600D. Dazu ein Stativ mit Kugelkopf und einen programmierbaren Fernauslöser, der speziell auf deinen Kamerahersteller ausgelegt ist. So lässt sich immerhin schon die Milchstraße super fotografieren oder du kannst Zeitrafferaufnahmen des Nachthimmels anfertigen. 1000 bis 2000 Euro. Hier müssen wir preislich einen ziemlich heftigen Sprung machen. Leider ist die ernst gemeinte Deep Sky Astrofotografie mit einem Setup unter 1000 Euro allenfalls auf dem Gebrauchtmarkt zu finden. Und auch dann könnte es sein, dass du nicht lange zufrieden damit bist. Mit meinen Empfehlungen möchte ich dich aber langfristig zufriedenstellen. Wenn du dich direkt der Deep Sky Fotografie widmen willst, setze ich im weiteren Verlauf mal voraus, dass du dich schon ausreichend mit paralaktischen Montierungen auskennst. Wenn das noch nicht der Fall ist, schau dir doch erstmal das oben rechts verlinkte Video an. Üblicherweise kauft man sich in diesem Bereich Montierung, Teleskop und weiteres Zubehör separat und nicht als Komplett-Set. Ich empfehle dir aber jetzt der Reihe nach Produkte, die gut zueinander passen. Das weiß ich daher, weil sie selbst in meinem Besitz sind und ich echt begeistert von deren Qualität bin. Auf einen Gesamtpreis von unter 2000 Euro kommst du aber leider nur, wenn du zumindest einige dieser Produkte gebraucht kaufst. Los geht's mit der Montierung. Die iOptron GEM28 mit Lightrock-Stativ. Sie trägt fotografisches Equipment mit einem Gesamtgewicht von bis zu 9 Kilo und hat serienmäßig einen Riemenantrieb verbaut. Das Teil ist schnell, leise und präzise und man merkt die hochwertige Verarbeitung einfach an jeder einzelnen Kappe und Schraube. Es folgt das Teleskop. Das Skywatcher 130650 PDS. Trotz seiner geringen Größe hat dieses Teleskop einen 2 Zoll Okularauszug mit 1 zu 10 Untersetzung verbaut. Gegenüber der Standardversion liegt der Fokuspunkt weiter draußen, sodass du in der Kameraauswahl flexibler bist und mit Sicherheit in den Fokus kommst. Und natürlich hat das Teleskop einen parabolischen Hauptspiegel, so wie es sich gehört. In meinem YouTube-Kanal findest du auch Videos zu möglichen Upgrades für dieses Teleskop, sodass es hinsichtlich der Sternabbildung fast mit Teleskopen mithalten kann, die mehrere tausend Euro kosten. Und dann benötigst du noch eine Kamera. Zum Einstieg möchte ich dir gar keine gekühlte und teure Astro-Kamera empfehlen. Ich selbst nutze eine gebrauchte Canon EOS 600D, welche ich für etwa 120 Euro Astro-Modifizieren lassen habe. Durch diese Modifikation wird sie im roten Spektralbereich wesentlich empfindlicher. Aber auch das ist beim Einstieg erstmal noch nicht unbedingt erforderlich. Falls du dich für das zuvor genannte Newton-Teleskop entscheidest, brauchst du auch noch einen Koma-Korrektor. Der sorgt dafür, dass die Sterne am Rand der Fotos nicht zu Strichen verzogen werden und außerdem lässt sich die Spiegelreflexkamera damit sehr gut an das Teleskop anschließen. Konkret möchte ich dir den Bada MPCC3 empfehlen. Wenn du nun einen T2-Ring für deine Kamera besorgst, kannst du daran den Koma-Korrektor anschrauben und das Ganze mithilfe der 2 Zoll Steckhülse des Koma-Korrektors auf der anderen Seite in den Okularauszug stecken. Zumindest bei der zuvor genannten Canon-Spiegelreflexkamera hat man so eine annähernd perfekte Sternabbildung auch in den Ecken. Optional kannst du dich jetzt noch für ein Autoguiding-Set entscheiden. Man muss dazu nämlich sagen, dass wirklich lange Einzelbelichtungszeiten von einer Minute oder mehr ohne viel Ausschuss erst mithilfe von Autoguiding möglich werden. Aktuell nutze ich den Astrocomputer 2 ASI-R Pro. Mittlerweile ist dieser nur noch in der hier gezeigten Plus-Version erhältlich. Einen entscheidenden Nachteil möchte ich hier gleich vorweg schicken. Wenn du dich für diesen Astrocomputer entscheidest, bist du an zwei Kameras gebunden. Wenn du das nicht möchtest, entscheide dich lieber gleich für eine Laptop- oder Minicomputerlösung. Klarer Vorteil beim ASI-R ist, dass es sich um eine Out-of-the-Box-Lösung handelt. Man muss sich also nicht erst mit viel Softwareinstallation beschäftigen und hat direkt eine ganze Menge Möglichkeiten am Start. Außerdem lässt sich so direkt dein Setup mit deinem vermutlich sowieso schon vorhandenen Smartphone oder Tablet aus der Ferne bedienen. Für das Autoguiding benötigst du dann noch eine Astro-Kamera und ein kleines Leitrohr, oft auch als Guidescope bezeichnet. Mit Adaptern könnte man aber auch den sowieso schon am Teleskop vorhandenen Sucher verwenden. Eine empfehlenswerte Astro-Kamera für das Guiding ist eine 2 ASI 120 MCS. Oft wird zwar eine monochrome Kamera aufgrund der höheren Empfindlichkeit empfohlen, aber ich möchte lieber zu einer Farbkamera raten, weil man mit dieser zusätzlich auch noch Planetenfotografie betreiben kann. Dann fehlt noch das Leitrohr. Hier kannst du ruhig richtig günstig rangehen. Ich selbst nutze das SV Bonny SV 165 Guidescope, was preislich gerade mal bei 60 Euro liegt. Dort lässt sich die Astro-Kamera anschrauben und schon hast du eine gute und günstige Lösung für das Autoguiding beisammen. Falls du Planetenfotografie mit dem zuvor genannten Teleskop betreiben willst, sollte noch eine Barlow-Linse zum Einsatz kommen. Empfehlen möchte ich eine 3-fach Barlow-Linse. Auf diese Weise gelingen dir Planetenaufnahmen wie diese hier. Und ich möchte dir jetzt noch ein paar Deep-Sky-Astro-Bilder zeigen, die ich selbst mit dem vorgeschlagenen Astro-Fotografie-Setup erreichen konnte. Eine Fokussierhilfe wie eine Barthinov-Maske aus dem 3D-Druck wäre zu guter Letzt noch sehr empfehlenswert. Einen guten und günstigen Anbieter verlinke ich dir auch noch in der Videobeschreibung. Und dort findest du auch noch meine persönlichen Buchempfehlungen. Damit lernst du viel mehr als durch das Anschauen von 10 einstündigen YouTube-Videos. Bei deinem Setup fehlen dann natürlich noch so einige Kabel, die Stromversorgung und anderer Kleinkram. Aber darauf kommen wir noch in anderen Videos zurück. So, das waren meine persönlichen Kaufempfehlungen. Natürlich kann es sein, dass ich in ein oder zwei Jahren schon wieder ganz andere Sachen empfehle. Aber ich möchte dir in diesem Video oder mit diesem Video einfach mal eine erste Entscheidungshilfe an die Hand geben. Jedenfalls viel Erfolg bei deinem Einstieg in das Hobby und klaren Himmel. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis. Tschau. Tschau.